Moin! Schön, dass du wieder vorbeischaust. Ich habe noch einen kurzen Blick in das Buch geworfen, denn ich möchte dir in diesem Video ja erzählen, wie ich es versucht und ich glaube zumindest technisch auch geschafft habe, all die 15 Elemente aus dem Beatsheet aus Save the Cat tatsächlich zu nutzen, um das Drehbuch für meinen kleinen Kurzfilm von vor zwei Wochen zu schreiben. Ich glaube, ich hatte schon mal erwähnt, dass es mir dieses kleine Büchlein tatsächlich angetan hat und ich finde, das ist ein großartiges Buch, wenn es darum geht, wie man ein Drehbuch für einen Spielfilm schreibt. Nun wäre ich nicht der Nerd, der ich bin, wenn ich nicht versucht hätte, die Elemente aus dieser Struktur, also das sogenannte Beatsheet, tatsächlich auch für meinen Kurzfilm anzuwenden, den ich vor zwei Wochen gedreht habe. Und zumindest technisch würde ich sagen, ist es mir gelungen, ob es der Story weitergeholfen hat. Das musst du entscheiden, wenn es dir angeschaut hat. Aber ich möchte zumindest einmal mit dir teilen, welche Gedanken ich dabei hatte, als ich versucht hatte, die einzelnen Elemente tatsächlich irgendwie sinnvoll unterzubringen. Falls du den Film noch nicht gesehen hast, mach kurz Pause, guck ihn dir an. Ich habe ihn verlinkt und ich warte hier auch auf dich, weil danach ergibt das einfach mehr Sinn. Du bist zurück? Wunderbar, dann kann es ja weitergehen. Ja, eins vorweg, also ich ist natürlich in einem zehn Minuten Kurzfilm nicht so ohne weiteres möglich, die ganzen Elemente aus dem Beatsheet sauber vorzubereiten und dir als ZuschauerInnen entsprechend vorzustellen. Diese ganze Struktur mit den 15 Takten oder den 15 Elementen ist halt ausgelegt für einen 90 bis 120 Minuten Spielfilm und nicht für einen zehn Minuten Kurzfilm. Nichtsdestotrotz hat es mich herausgefordert, ob ich diese Elemente nicht trotzdem eingebaut bekomme und zumindest meine Story ein Stück weit daran ausrichten kann. Und wir werden da jetzt Stückchen für Stückchen ein bisschen tiefer einsteigen, indem wir uns tatsächlich mal an diesen 15 Takten entlanghangeln und ich dir kurz beschreibe, wo sich diese Takte dann tatsächlich in meinem Kurzfilm hätten wiederfinden sollen und ich hoffe, du hast sie auch bemerkt. Ich werde hier immer mal wieder ein bisschen kurz reingucken, denn so alles auswendig, das kann ich mir dann doch immer nicht merken. Ja, und vielleicht noch eine andere Sache, ähnlich wie bei dem Video zum Story Circle, das ich schon gemacht habe. Ich habe dieses Buch auf Englisch gekauft und ich werde jetzt hier auch die englischen Begriffe verwenden. Ich hoffe, wir kriegen das irgendwie hin. Die Erklärung bleibt deutsch. Also, der erste Takt in diesem Beatsheet ist das Opening Image, das so ein bisschen die ganze Stimmung des Films schon vermitteln soll. Und bei mir sollte es ein bisschen darum gehen, dass ich halt wirklich mir Gedanken mache, viele Sachen plane, das Ganze für mich alleine mache. Deswegen habe ich diese Einstellung gewählt, wo man doch von etwas weiter weg mich am Schreibtisch sitzen sieht, wie ich versuche, Sachen zu skizzieren, einen Plan zu machen. Das sollte so ein bisschen vermitteln, wie gesagt, zum einen, dass ich alleine bin, zum anderen, dass ich aber auch tatsächlich ein bisschen Aufwand mit der Geschichte habe. Das war so der erste Takt. Der zweite, da muss ich gestehen, den habe ich nicht unterbekommen, so richtig in dem Film, zumindest nicht am Anfang. Und zwar ist das Theme Stated. Eigentlich ist es da so, dass von irgendeiner Person, die nicht die Hauptperson ist, schon mal so ein bisschen ein Hinweis darauf gegeben wird, um was es in dem Film geht. Mein Gedanke war, jeder hat mal klein angefangen, also diese Aussage tatsächlich irgendwo mit aufzubereiten. Sie kommt später im Film vor, aber ich habe es tatsächlich nicht geschafft, sie in dem Dialog mit dir als Zuschauerin irgendwie so darzustellen, dass dir klar wird, dass du es gerade gesagt hast. Also wenn du verstehst, was ich meine. Deswegen, das ist am Anfang tatsächlich nicht vorgekommen. Das habe ich nicht hinbekommen. Der nächste Punkt ist das sogenannte Setup. Also da wird einfach nur so ein bisschen beschrieben, in welcher Situation stecke ich gerade. Und das habe ich in diesem Dialog mit dir versucht hinzubekommen, als ich dir sagte, dass ich keine Zeit habe, dass ich so viel unter einen Hut bekommen muss, dass ich eigentlich irgendwie meine Struktur finden muss, weil ich einfach mit all den Dingen, die ich mir irgendwie aufgeladen habe, nicht so richtig vorankomme. Als nächster Punkt kommt dann der sogenannte Catalyst. Das ist so ein einziges Ereignis, das so ein bisschen die ganze Geschichte dann eigentlich ins Rollen bringt. Nachdem du im Setup verstanden hast, worum es geht, möchte ich dir mit dem Catalyst dann eigentlich nahe legen, warum passiert jetzt eigentlich was. Und den Punkt, den ich mir da überlegt habe, war deine Frage nach meinem Storyboard an der Wand, wo ich da so hingucke und sage, ach Mensch, das ist eigentlich das große Projekt, das ich machen möchte. Und weil du mich wieder an dieses Projekt erinnert hast, geht es bei mir los zu sagen, okay, irgendwie kann es ja nicht sein, dass ich da noch gar keine Zeit investiert habe, obwohl das eigentlich mein Hauptprojekt sein soll. Das heißt, das ist so ein Aha-Moment, wo ich mir dann denke, so kann es irgendwie nicht weitergehen. Dann folgt The Debate. Das ist so ein bisschen die Geschichte, okay, ich habe erkannt, es muss weitergehen, aber wie soll das funktionieren? Und da haben wir ja auch wirklich eine kleine Debatte, wenn du so willst. Du fragst mich, was ich dafür schon gemacht habe und ich sage ja noch nicht wirklich was, obwohl es eigentlich das ist, was ich machen will, aber ich habe ja keine Zeit, also soll ich doch weitermachen, soll ich nicht weitermachen? Und das ist der Teil, der eigentlich dem vorausgeht, wo dann die eigentliche Geschichte richtig losgeht. Danach folgt The Break Into Two, also der Aufbruch in den zweiten Akt, wo dann wirklich die Reise, die Veränderung eigentlich beginnt, wo die Suche beginnt. Du erinnerst dich auch an den Story Circles, nach dem Go kommt das Search und dieser Übergang, der findet sich im Break Into Two wieder und das ist wirklich so ein, ja doch vielleicht Paukenschlag, mit dem dann einfach etwas losgetreten wird. Und du kannst dich vielleicht noch erinnern, dass ich ein bisschen sauer auf dich war, als du angefangen hattest, die Zettel davon erwant zu reißen und das war mein Paukenschlag, mein Break Into Two und es tut mir immer noch leid, wenn du dich möglicherweise angegriffen fühltest, ich wollte dich da gar nicht so sehr anmaulen. Nachdem das dann passiert ist, ist es normalerweise Zeit für eine kleine Atempause, wo man auch so ein bisschen der Hauptfigur die Möglichkeit, also in dem Fall mir die Möglichkeit gibt, mal kurz durchzuatmen und auch ein bisschen darüber nachzudenken, wo kommt das eigentlich alles her und das ist die sogenannte Bee Story. Da kommt dann normalerweise auch eine neue Figur ins Spiel und es ist so eine Art Love Story. Nicht zwangsläufig im eigentlichen Sinne, sondern es ist einfach nur eine liebe Person, die bis dahin noch nicht aufgetaucht ist und der Hauptfigur so ein bisschen die Möglichkeit gibt, mal durchzuschnaufen, auch mal über die Dinge zu reden oder sich Gedanken zu machen und einfach so ein bisschen normalerweise ein bisschen leicht verzerrtes Spiegelbild der Hauptfigur. Also wenn ich zum Beispiel total strukturiert und angestrengt bin und immer alles richtig machen möchte, dann ist die Person in der Bee Story eher jemand, der sagt, ach du kriegst das schon hin, das Ganze nicht so schwer nimmt, ein bisschen Leichtigkeit mit hineinbringt. Und da ich halt tatsächlich keine andere Figur zur Verfügung hatte und auch keinen anderen Menschen zur Verfügung hatte, mit dem ich das hätte darstellen können, habe ich mich entschieden, das über die WhatsApp-Nachricht zu machen, die ich dann kurz erwähne und dir kurz beschreibe von dieser Person, zu der ich lange keinen Kontakt hatte und die mir jetzt tatsächlich in Bezug auf meine ganze YouTube-Geschichte einfach ein bisschen positives Feedback gibt und mir auch das Gefühl gibt, ja, mach doch einfach, das wird schon. Du erinnerst dich, Drehbücher wegschmeißen und so. Mach ich übrigens heute. Das kommt gerade tatsächlich alles aus meinem Kopf. Und nachdem ich dir diese Bee Story vorgestellt habe, kommen wir zum nächsten Teil. Und das ist Fun & Games. Und das ist im klassischen Spielfilm eigentlich der Bereich, wo du die Szenen wieder findest, die du auf dem Filmplakat gefunden hast oder wo die ganzen Ausschnitte für den Trailer hergekommen sind. Das heißt, da passiert eigentlich das, was dem Zuschauer so richtig schön Spaß macht, sich das anzuschauen. Das heißt, die Hauptfigur begibt sich auf die Reise, ist auf der Suche und erlebt ihre Abenteuer. Und ich habe das versucht, damit ein bisschen umzusetzen, dass ich dir halt in einem Dialog dann erkläre, wo kommt eigentlich mein Spaß am Filmemachen her, was reizt mich daran und ja, so ein bisschen rüberzubringen, dass es mir wirklich Spaß macht, diese ganze Geschichte zu machen. Und durch diesen Bereich kommen wir dann schon zum Midpoint, also zu dem Wendepunkt der Geschichte, wo es entweder einen vermeintlichen Sieg oder eine vermeintliche Niederlage gibt. Und mein vermeintlicher Sieg war diese Erkenntnis, dass es dich tatsächlich interessiert, mir über die Schulter zu schauen, wie ich versuche, bestimmte Stimmung in so einem Kurzfilm zu erzeugen, wenn ich den vorbereite. Na, da bin ich schon ganz, ganz aufgeregt und setze mich wieder rüber in mein Studio und mache mir Gedanken, wie ich das alles tun könnte. Und eigentlich denkst du, jetzt hat er es. Das ist dieser Feindmoment aus dem Story Circle. Aber, und das ist dann der nächste Schritt, der in dieser Struktur, in dem Beat Sheet auftaucht, der heißt The Bad Guys Close In. Das heißt, nachdem ich vermeintlich die Lösung gefunden habe, passiert jetzt etwas, dass all diese Idee, all die Hoffnung, die ich hatte, arg auf die Probe stellt. Und das war meine Erkenntnis, dass, wenn ich das Ganze perfekt machen möchte, das Ganze ja noch viel aufwendiger ist. Denn, bevor ich dir etwas zeige, war ja meine Meinung, ich müsste das überhaupt erst mal ausprobieren, damit ich überhaupt weiß, was ich dir da zeige. Und das ist auch der Moment, wo ich dann wirklich anfange, an der ganzen Geschichte zu verzweifeln und das Gefühl habe, mir wächst alles über den Kopf. Und das ist dann auch gleich die Einleitung in den nächsten Takt, nämlich in All Is Lost. Das ist da, wo ich das Gefühl habe, dass ich so überhaupt nicht weiterkomme. Und das ist der Moment am Fenster, wo ich einfach denke, egal wie ich das drehe und wende, ich werde das einfach irgendwie nicht hinbekommen. Ich habe mich wieder übernommen. Das Lustige ist, es gibt so einen kleinen Tipp von Blake Snyder, der sagt, in diesem All Is Lost Moment, wenn man da so ein bisschen den Hauch des Todes, The Whiff of Death, wie er das nennt, mit einbaut, kann man diesen noch etwas mehr akzentuieren. Und meine Idee war, meine halblebendige Pflanze mit reinzunehmen und zu sagen, okay, ich kann ja nicht mal diese Pflanze am Leben halten. Eigentlich hätte bei dem Fallenlassen der Hand auf die Blätter auch ein paar Blätter abfallen sollen. Normalerweise macht sie das, nur bei der Aufnahme hat sie es halt nicht getan. Und als nächster Takt folgt da dann The Dark Knight of the Soul. Das ist das, wo die Hauptfigur, also ich in dem Fall, überhaupt nicht weiter weiß und wirklich alles hinschmeißen möchte. Und das war der Moment, wo ich dann wirklich hier vor dem Sofa gehockt habe und gesagt habe, ich bin so ein naiver Träumer. Ich nehme mir immer etwas vor und ich kriege es nie hin. Und da war ich wirklich buchstäblich dann tatsächlich am Boden. Das war auch die Idee, warum ich das unten vor dem Sofa aufgenommen habe. Und das ist eigentlich der Moment, wo du wirklich denkst, alles ist vorüber. Doch dann meldet sich unsere B-Story wieder. Und das ist Break into Three, also der Aufbruch in den dritten Akt. Das heißt, so langsam komme ich dann nach dem Find und dem Take zu dem Return Teil des Story Circles. Und wenn sich meine B-Story, also die gute Freundin von vor elf Jahren, am Anfang schon per Nachricht gemeldet hat, warum denn nicht wieder? Und da kommt halt diese Aussage dazu, die mir wieder Mut macht. Also, dass es gut ist, wenn ich meine Fehler zeige, dass ich gar nicht alles perfekt machen muss, dass es anderen Leuten sogar Mut macht. Und das ist dann die Vorbereitung für den vorletzten Takt, für das Finale. Da ist dann alles das, was ich auf dieser Reise gelernt habe, das nehme ich jetzt wieder mit in meine normale Welt und überlege mir, wie kann ich das eigentlich umsetzen. Und das ist der Moment, wo wir beide darüber sprechen, dass es ja vielleicht so ganz lustig ist, wenn du mir über die Schulter gucken kannst, während ich Fehler mache, dass ich dadurch überhaupt gar nicht so viel vorbereiten muss, dass ich wirklich einfach anfangen kann, Dinge auszuprobieren, dir dabei kurz sage, was ich mache und du schaust mir zu. Und dass das Ganze dann auch ganz gut funktionieren könnte. Und das leitet dann über in den letzten Takt dieses Speech-Sheets. Und das ist The Final Image. Also, quasi das Pendant zum Opening Image. Und da habe ich mich wieder dafür entschieden, genau das gleiche Bild zu nehmen wie beim Opening Image, dass du mich wieder am Schreibtisch siehst, diesmal aber hoffentlich deutlich entspannter, mit einer guten Idee, einem Lächeln auf dem Gesicht und dass das Ganze dann gar nicht mehr so alleine wirkt, weil wir uns vorher ja die ganze Zeit unterhalten haben und irgendwie gemeinsam zu dieser Lösung gekommen sind. Also, das sind so die Gedanken, die ich mir gemacht habe, als ich versucht habe, das Speech-Sheet von Blake Snyders Save the Cat tatsächlich in einen 10 Minuten Kurzfilm zu übersetzen. Ob es mir gelungen ist, kannst du mir ja vielleicht in die Kommentare schreiben. Ich weiß, technisch hat es einigermaßen geklappt, so ganz herzuleiten, das Ganze ruhig aufzubauen, damit die Dinger schön ineinander greifen. Das, denke ich, ist in 10 Minuten verdammt schwierig. Hätte ich vielleicht auch noch besser machen können, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es hat Spaß gemacht, das so mal auszuprobieren. Ich finde, das Ergebnis ist mir soweit ganz gut gelungen. Klar, ich bin kein gelernter Schauspieler, ich bin kein gelernter Kameramann, aber es hat tatsächlich Spaß gemacht. Ja, ich habe mir wirklich überlegt, was mache ich eigentlich nächstes Wochenende, aber unter uns. Ich weiß noch gar nicht, ob es nächstes Wochenende schon wieder ein Video gibt, denn ich hatte das in meinem Vlog ja erwähnt. Ich habe so ein paar Gedanken im Kopf, die ich jetzt erst mal ein bisschen sortieren muss, die mehr oder weniger viel Veränderungen in meinem Leben und möglicherweise auch an diesem Kanal mit sich bringen. Und deswegen weiß ich noch nicht ganz genau, wann es weitergeht und wie es dann weitergeht. Eins weiß ich aber, es wird weitergehen. Also mach dir keine Sorgen, der Kanal bleibt erhalten. Wenn du sicher gehen willst, dass du nichts verpasst und falls du es noch nicht getan hast, dann würde ich sagen, abonnier fix den Kanal, drück auf diese Glocke, dann wirst du auch benachrichtigt, wenn es hier weitergeht. Allzu lange wird es sicherlich nicht dauern und sei es nur, dass ein Vlog zwischendurch rauskommt, um dich auf dem Laufenden zu halten, denn letztendlich schenkst du mir so oft deine Zeit und das finde ich echt großartig und deswegen möchte ich dich da auch nicht hängen lassen. Also bis dahin, pass auf dich auf, bleib gesund und wir sehen uns. Ich hatte ja beim letzten Video schon gesagt, es wird wieder tatsächlich so ein bisschen um die Katze gehen. Save the cat. Gott, ich glaube, das ist schiefgegangen. Und ja, jetzt auch tatsächlich Einfluss hatte auf das Drehbuch, das auch. Gott, Diggi. Wenn ich Dinge ausprobiere, anstatt vorher, ah nee, war das überhaupt der Fall? Boah, jetzt muss ich euch mal selber überlegen, wie war denn der Film? Haha! aqueles, was ich toll? Ab stipend zuvor am 10.2 au? αι! A kleinerетр Gegend zuvor! 들어�aten, Qualität lightsabend zu." Vielen Dank.